Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Dungeon Rush. Das ist natürlich mit mir, eurem Sunny. Wir haben hier auch auf dem noch ein... Ach du Schande. Ach du Schande. Auch hier gibt es nochmal mehrere... Mehr Ausdauer. Okay, das ist natürlich auch eine gute Sache. Damit er seine Fähigkeiten halt mehr einsetzen kann. Mehr Magie, auch immer eine gute Sache natürlich. Okay. Und bei ihm passive Fähigkeit freigeschaltet. Zwergische Trinkfestigkeit. Was macht es? Willst du dich verarschen? Wie kannst du denn... Ach hier. Wird nach dem Genuss von Bier nicht betrunken. Was? Warum sollte denn irgendjemand... Ach so, vielleicht... Reduziert die Kosten von... Ich gehe voran. Um eins. Das ist das Ding hier. Ja, okay. Und 15% höhere Chance, Gegenstände zu finden. Oh, nett. Reduziert die Kosten für Buchhalterspürseln. Buchhalterspürseln um eins. Nett. Chance von Buchhalterspürseln, die Schatzkammer zu finden, erhöht sich um 10%. Cool. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht schlecht. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also der... Ich nehme mal an, diese sinnlose Fähigkeit hier davor ist einfach als Ausgleich, weil die Fähigkeiten ganz cool sind. Aber ich würde sagen, wir gehen im Moment mehr auf... Wir gehen im Moment mehr auf Überleben mit ihm. Ich würde... Ich würde lieber hier die Sachen eigentlich nehmen. Hier Magieresistenz und dann Lebenspunkte und vorher hier die Rüstung. Ich denke, das ist das Beste mit ihm. Das machen wir mal. Da habe ich mich dann doch nicht erkundigt vorher. So, jetzt können wir nämlich den dann als nächstes... So, gucken wir mal. Bei unserem Barden. Die Fähigkeiten. Das war... Musik! Entzaubert eine magische Falle mit einem magischen Lautenspiel-Solo. 60% Chance, Feinde vor dem Kampf einzuschläfern. Das sollten wir echt nur nutzen, wenn wir wenigstens vor drei oder vier Gegnern stehen. Man stellt 20% das Gesamtmaß her. Die sind echt alle ziemlich gut, die er so hat. Also das ist wirklich ein... So, da würde ich sagen, wirklich, wir gehen auch auf mehr Ausdauer. Was hätten wir hier? Mehr Mana, mehr Magie, mehr Mana. Immun gegen Schweigen. Gewährt eine Chance auf Inspiration bei Verwendung von Schroesing-Gesang. Inspirationschance 10%. Ich weiß nur nicht, was Inspiration macht. Das ist ein bisschen schade hier. Also, dass man da so teilweise das nicht einsehen kann. So, was haben wir hier? Hymne des Hirten entfernt außerdem einen negativen Effekt von einem Verbündeten. Okay. Reduziert die Kosten von Hymne eines Hirten. Das ist das hier, genau. Stärkt die Rüstung. Okay. Und dann haben wir hier. Hymne des Hirten heilt alle Verbündeten außerdem um 7% ihrer Lebensruhe. Oh, geil. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal diese Strecke hier. Weil das finde ich jetzt echt wertvoll. Dann machen wir mehr Ausdauer. Dann kann er seine Fähigkeiten öfter einsetzen. Und die sind echt... Wow. Die können uns echt den Arsch retten in einem Dungeon. So, was machen wir mit ihm? Also, das hier wäre gut. Aber ich würde sagen, gehe ich hier tatsächlich auf den Pfeil und mache ihn zu so einem Second-Row-Kämpfer. Machen wir hier das Ding durch. Nochmal plus 2, nochmal plus 1. Okay. Er wird dann sehr magielastig. Also, wir brauchen dann mehr Mana mit ihm. Das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir dann... Irgendwie es halt auch hinkriegen, dass wir... Dass wir mehr Mana für ihn haben. Das heißt, über irgendwie Gegenstände oder so. Also, das heißt, er bekommt dann Präferenz, wenn die Krämerin dann irgendwie mal was hat, was wirklich Magie, reine Magie erhöht. Also, reines Mana. Na gut, dann... Attacke und in den nächsten Dungeon. Oh, wie hatte ich denn jetzt die Stimme für ihn gewählt? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Pause gehabt. Ich möchte das Protokoll geben, dass mir eure Methoden aufs misslichste missfallen. Es nervt mich, wenn er so redet. Können wir ihn bitte einfach verprügeln und da hinten gegen einen Baum lehnen? Barbar! Nein, wir lassen ihn nicht zurück, Pot. Du bist Minnesänger, stimmt das? Ob ich ein Minnesänger bin? Hahaha! Du lieber Schwan! Hahaha! Nein, wirklich, was für eine Frage! Vor dir steht schließlich nur der bedeutendste Barde in ganz... Klappe halten! Erklär uns lieber, wie du uns nützlich sein könntest. Meine Gesänge schrauben den Kampfgeist selbst des feiglichsten Feiglings in wundersame Höhen und meine Chansons überwältigen alle Feinde des guten Todes. Okay, dann wäre das geklärt. Du kommst mit uns zusammen, plündern wir noch viel gefährlichere Verliese. Es wird Gold regnen. Wohlan, so kommen wir überein. Ah, welche Freude, welch frohes Schicksal, zwei so galanten Herren zu begegnen, die mit Kühnheit und Mut den Witwen und Weisen dieser Welt ihren Beistand schworen, mögen unsere Abenteuerlustigkeit noch in fernen Ländern gepriesen werden. Oh, bitte, lass mich ihn hauen! Nur eines noch. Was denn jetzt schon wieder? Erwähnte ich, dass mir eure Methoden aufs misslichste missfallen? Okay, voll lustig. Was sind unsere Herausforderungen? Sekunde. Alle Monster töten, kriegen wir hin. Verlies zu 100% erforschen, wollen wir gerne machen. Und alle eigenes auslösen, perfekt. Machen wir gerne, dann würde ich sagen, ich löse mal hier unseren Stamina-Dings aus. Dummerweise kostet die Fähigkeit hier sowieso 5, das heißt, wir können die sowieso nur einmal einsetzen. Oder würde ich sagen... Machen wir Aufklärer. Tag. Benutzen. Alter! Okay. Ähm... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also hier ist auf jeden Fall eine Falle. Wir gehen erst mal so die anderen Sachen einfach ab. Da gucken wir uns mal um. So, äh... Wiegengliedchen? Nö, dafür nicht. Wir kämpfen erst mal. So. Ähm... Dann erst mal auf ihn hier einprügeln. So, zack. Er hat uns wieder in Brand gesetzt. So ein Lacker. Der schrille Gesang hier auf ihn. Zack. Dann haut er einmal zu. Das ist uns relativ Wumpe. Wir prügeln ihn ein. So. Und weiter. Zack. Okay. Und da haben wir eine Falle. Ähm... Die ist auch ziemlich unangenehm. Da benutze ich den Saboteur. Und damit sind wir nämlich leider alle unsere Fähigkeiten losfallen auszulösen. Also sagen wir mal so. Nicht magische. Er kann ja glaube ich noch mindestens einmal eine magische Falle auslösen. Theoretisch sogar zweimal. Okay. Das ist gut zu wissen. Wie viel kostet ihn eigentlich seine Fähigkeit? Wiegengliedchen? Vier. Das heißt, wenn wir die nutzen, könnten wir zusätzlich auch nochmal die zwei magischen Fallen. Also wir könnten das Wiegengliedchen ruhig einsetzen prinzipiell. So, ich gehe erstmal dahin. Erstmal die Bereiche, die ich nicht erforscht habe. Na gut. Äh, ja gut. Das ist ein einzelner Kampf. Den machen wir natürlich ganz entspannt. Den prügeln wir um, bevor der überhaupt irgendwas machen können dürfte. Ah ne, er ist vor unserem Krieger dran. Ah ne, er ist vor unserem Krieger dran. Aber die zwei Schaden, die er jetzt beim Krieger gemacht hat, sind auch egal. Den haben wir anscheinend pariert. So, äh, dann gehe ich erstmal hier hin. Wow. Okay. Ähm, Bogenschütze in der zweiten Reihe. Das ist natürlich schon nicht mehr so geil. Kriegen wir aber auch noch hin. Wenn er in die hintere Reihe schießt. So. Oh, ihn steht weg. Schön. Dann haut er drauf. Und er haut auch drauf. Tutti. Sehr schön. So, wir müssten mal, ich muss mal durchrechnen, wie viel Einnahmen wir in so einem Dungeon eigentlich machen. Weil die einzelnen Kämpfe bringen zwar nicht so viel, aber es sind ja doch ein paar. Na, super. Fluchgift. Was, dafür habe ich eine Errungenschaft gehalten? Appetite for Risk. Super. Okay, also das sollte man sich merken, wenn das so aussieht, ist das anscheinend Gift, weil... Na, wir sollten es vielleicht ein zweites Mal noch ausprobieren, bevor wir uns da sicher sind. Das heißt, jetzt liegt auf allen auch noch ein Gift. Zwei Schaden pro Runde. Ach, du Schande. Und zwei Schaden pro Runde Gift. Okay. Da nehmen wir natürlich seine Fähigkeit und entzaubern das Ding. Was würde es denn machen? Minus einen Schaden und Brand von einem Schaden nochmal auf jeden. Ach, du Schande. Musik. Benutzen. Okay. Boah, das ist ja ein Dungeon, Alter. Das sind jetzt drei Gegner. Da benutzen wir mal den Gesang. Ein bis zwei sollten also eingeschlafen sein mit einer guten Chance. Genau. Das heißt, wir prügeln... Oh, er ist schon aufgewacht. Das ist ja doof. Den hier schaffe ich mir direkt mit dem Schuss. Dann mache ich das. Oh, der hat ihn wiederbelebt. Oh, das ist ja gemein. Dann müssen wir als erstes eigentlich den da beseitigen. Ne, dann haue ich hier drauf. Dann ist der weg. Und bei ihm nutze ich Ode an die Grabesstille. Zwingt ihn, keine Magie mehr nutzen zu können. Ah, okay. Das geht auf alle. Na gut. Ist natürlich auch schön wiederum. So, dann können wir den jetzt erstmal einprügeln. Oha. Oha. Also das ist... Ja, die Kämpfe werden schwieriger. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und gar nicht so langsam, finde ich. Muss... Bisschen aufpassen jetzt, wirklich. Wodurch hat er denn jetzt gerade zwei Punkte gehalt? Hat er nicht gerade zwei Lebenspunkte gehalt? Ach ja, da. Oh, die Fähigkeit habe ich mir gar nicht angeguckt. Lebensregelung. Ah, okay. Das war der andere, den wir... Der andere... Bereich, den wir geöffnet hatten. Den wir... Nee, jetzt nicht. Wir wollen ja alles erkunden. So, dann hier runter. Untersuchen. Ja, würde ich sagen. Heute einen kleinen Ausdauertrank. Okay. Dann jetzt hier hin erstmal. Und untersuchen. Na klar. Oh, eine ganze Menge mitgenommen. So, jetzt stellt sich die Frage. Wir müssen eigentlich nur noch da hin. Äh, wie viel hält unser Zwerg noch aus? Ja, er hält noch eine ganze Menge aus. Ich würde sagen, wir lassen dann unseren Zwerg vorpreschen. Und nutzen jetzt nicht den Ausdauertrank für ihn. Wir lassen lieber unseren Zwerg vorpreschen. So. Genau. Fünf Schaden und Blutung. Wow. Okay. Das Ding ist ja übel. Er hat noch fünf Lebenspunkte. Alleine die Blutung würde ihn töten in der zweiten Runde. Dann nehme ich für ihn Heiltrank, würde ich sagen. Kann ich? Ja, okay. Rechte Maustaste, dann wird er sofort benutzt. Es wird nicht nochmal nachgefragt. Vorsichtig sein. Und dann machen wir jetzt nämlich das Ding hier platt. Ja, benutzen wir ruhig. Das ist der letzte Gegner. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr als zwei Runden. Und in der Zeit wäre er einfach gestorben. Das wäre einfach nutzlos gewesen. So. Dann hauen wir hier drauf. Mit ihm machen wir wieder die Grabesstille. So. Auch wenn es uns scheint auf alle zieht, muss ich einen von beiden anklicken. So. Dann haut er auf ihn drauf. Okay, er hat noch zwei Punkte. Kriegen wir es hin, in der Zeit den Kampf zu bestehen? Ich glaube ja, aber gerade so. Der verliert jetzt einen Lebenspunkt. Und hat er noch einen Lebenspunkt und wir können den Kampf beenden. Okay. So, nochmal vier Gold. Sehr schön. Und wir können durch, durch den Dungeon. Ja, also. Wir müssen unbedingt mal ausprobieren, ob. Ja, das sind ja unterschiedliche Kristalle. Prinzipiell, was klüger gewesen wäre, denke ich mal, wäre hier in diesem Fall. Ich hätte, nachdem klar war, dass ich eigentlich nach dem Auslösen der Falle ihn so geschwächt habe, hätte ich nicht den Heiltrank auf ihn anwenden sollen, sondern ich hätte rausgehen sollen. Hätte den Dungeon verlassen sollen. Hätte nochmal reingehen sollen und dann alle Monster töten. Mich dafür um die Fallen nicht kümmern oder so. So, plündern und weiterziehen. Das wäre geldtechnisch die bessere Variante gewesen. Muss man ganz klar sagen. Okay. Wieder nur nützliche Sachen für die Werkstatt. Oh, ein Handwerker. Thorgrim, Nanu, was machst du denn hier? Hallo, alter Freund. Ihr kennt euch? In der Tat, Thorgrim war früher einmal Schatzmeister unserer Gilde. Mit wie viel Geld ist denn geflohen? Geflohen, das wäre jetzt Gilde? Allerdings, ich bin ein Mitglied der großen Handwerker-Gilde. Wir fertigen diverse Objekte für Abenteurer aller Art. Das dürfte sich großartig. Denn Thorgrim, dann kann Thorgrim uns ja mit mördermäßiger Ausrüstung versorgen. Ist da immer so ein... Aber wenn da ein SZ ist, was ist denn da für eine Figur? Keine Ahnung. Aber es scheint auch noch was drunter zu stehen. Keine Ahnung, was da unter dieser Figur drunter steht. Ich kann es nicht erkennen. Falls jemand weiß, was das für eine Figur sein soll oder so. Bin dankbar, wenn es jemand schreibt. Moment, das ist ja wohl ein ganz mieses Stereotyp. Du hast gerade automatisch angenommen, ich müsste handwerklich geschickt sein. Bloß, weil ich ein Zwerg bin. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Es wäre allerdings schon ziemlich nützlich, wenn du das ein oder andere herstellen könntest. Aber natürlich kann ich. Ich bin nur etwas eingerostet und ich habe keine Werkstatt. Keine Materialien. Ach, mein guter Torgrim. Da kann ich die Abhilferschaft, die Werkstatt kannst du gerne benutzen. Wirst schon sehen. Mit ein bisschen Übung stellst du bald alles her, was das Herz begehrt. Okay. Hm. Darf ich den Hammer schwingen? Das ist mal nicht Torgrim. Torgrim sieht doch anders aus, oder? Oder ist das einfach nur ohne Helm und Rüstung? Hm. So, also, wir hätten hier Rezept. Ein Knochen. Ein Eisen. Und wir stellen einen eisernen Dolch her. Zwei Eisen. Eine zerbrochene Speerspitze. Und wir könnten ein eisernes Schwert herstellen. Ähm. Eine eiserne Axt mit einem Eisen. Und zwei... Asche. Und so sieht bei euch im Eiken Asche aus. Könnte es Esche sein? Eschen Holz, dass da ein Übersetzungsfehler ist? Weil das macht keinen Sinn, dass das hier Asche sein soll. Also, so gar keinen. Und dann haben wir hier noch einen vampirischen Dolch. Gibt zwei Lebenspunkte, zwei Attacke. Und das, geil. Dafür fehlt uns allerdings ein Kieselstein. Na klar, weil wir ja keinen unterwegs mal finden konnten. Okay, zwei Vampir-Zähne. Zugegebenermaßen, das akzeptiere ich als nicht so ganz einfach zu erhalten. Das hier könnten wir herstellen. Ein Knochen-Zepter. Als Fernkampfwaffe. Okay. Plus eins auf Magie-Attacke. Plus eins auf Mana und plus eins auf Magie-Attacke. Minus zwei auf Parieren. Wäre für unseren Magie... Also für unseren Barden vielleicht gar nicht schlecht. Stab des Todes kennen wir schon soweit. Und hierfür fehlt uns... Ja, das wird Esche sein. Nicht Asche. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Asche sein soll. Müssen wir uns mal angucken, wie Asche... Wie die Blätter von der Esche aussehen. Das weiß ich nicht, wenn die so ähnlich aussehen sollen. Dann soll das Esche sein. Okay, Rüstung könnten wir auch machen. Das Schild haben wir schon für unseren Krieger hergestellt. Und ein eiserner Helm, der nochmal einen Lebenspunkt mehr geben kann. Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir eigentlich zu wenig Eisen zum Beispiel haben. Sonst wäre hier schon einiges sehr Interessantes dabei. Was ist das hier? Kleine Kordel. Angürtel. Gibt nochmal zwei Stamina. Sehr schön. Reiterstiffe gibt nochmal zwei Geschwindigkeiten mehr, auch wenn ich nicht so genau weiß, was das bringt. Novizen Totem. Zweihand. Plus eins auf Mana, minus eins auf Rüstung, plus eins auf Angriff. Okay. Achso, Zweithand. Das ist also so, ja. Ah, ein paar Ringe. Wir hätten hier den Ring der Beweglichkeit, den magischen Ring, Amulett der Stärke, macht plus eins auf Schaden, aber minus eins auf Geschwindigkeit. Und Mana Amulett. Ach, das wird sein, in welcher Reihenfolge man rankommt. Ähm, und dann haben wir ein Mana Amulett. Das wäre natürlich nicht schlecht. Für unseren, woanders, wir bräuchten drei Punkte, glaube ich, damit es uns wirklich was bringt, oder? Für den, für den Bogenschützen, für unseren Bogenschützen. Müssen wir sicher jetzt mal gucken, also ich werde es jetzt erstmal nicht bauen. So, dann, ah, Tränke könnten wir herstellen. Zum Beispiel aus Fleisch und Wasser, Pilzen und Wasser. Flachs und Wasser und Bier. Ah, Bier entfernt negative Effekte. Okay, aber ich nehme mal an, dass es zwar negative Effekte entfernt, aber dafür betrunken macht oder betrunken machen kann. Und das ist bei unserem Zwerg dann nicht der Fall, wenn er diese Fähigkeit hat. Darauf tippe ich mal. So, Fang eines Wolfs. Okay, wir könnten also einen Wolfszahn herstellen, indem wir Knochen verarbeiten. Wir könnten Walnussholz herstellen, indem wir Eschenholz benutzen. Das ist garantiert Eschenholz und nicht Asche. Garantiert. Da hat sich jemand vertippt. Okay, und wir könnten Kupfer aus Eisen herstellen? Ernsthaft? Kupfer als besseres Material als Eisen? Das ist doch bescheuert. Und Goblin Leder aus drei Knochen. Okay, und was ist das hier? Ach, das ist das, was wir tatsächlich herstellen könnten. Gut, also das würde tatsächlich eine gewisse Verbesserung unserer momentanen... Also das könnten wir zum Beispiel dem Elian in die Hand drücken. Bei dem wäre das eine Verbesserung. Beziehungsweise wir könnten das halt alternativ auch ihm in die Hand drücken. Der hat nämlich noch gar keine Waffe. Also es wäre tatsächlich... Er würde einen Schlag mehr setzen. Er wäre ein wenig schneller. Wäre natürlich nicht schlecht. Wäre natürlich nicht schlecht. Wäre jetzt einfach eine frühe, einfache Verbesserung. Oh, wir könnten Zutaten einfach kaufen. Die sind nicht so mega teuer, wie ich vermutet hatte. Sind auf jeden Fall... Moment, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Also Wasser kostet uns fünf. Wasser kostet uns fünf. Und Fleisch würde uns wahrscheinlich vier kosten. Immer die doppelten Preise von dem, was hier steht. Also hier, das kostet jetzt die Hälfte. Allerdings abgerundet. Normalerweise fünf. Das heißt, für neun, sofern sie es verkauft, würden wir theoretisch einen kleinen Treibung herstellen können. Statt 20. Das klingt doch gut. Dann sollten wir doch mal gucken, ob wir es nicht hinkriegen bei der Cremerin, die Sachen zu kaufen, die wir brauchen. Zum Beispiel hätte ich gerne einen Bogen für ihn. Einen Bogen. Genau. Ach, wir bräuchten noch ein Holz mehr. Schade. Weil dann... Das wäre halt nicht schlecht für ihn. Dann könnte er aus der hinteren Reihe noch ein bisschen besser feuern. Und unser Zwerg könnte dann die eigentliche Waffe von ihm kriegen. Schade. Na gut, aber dann kaufen wir die Asche trotzdem einmal. Und Eisen. Ne. Hä? Wie viel kostet denn ein... Hä? Wasser. Magischer Ring. Der magische Ring. Ah, Sch... Hä? Magischer Knochen. Magischer Ring. Schädel. Wasser. Wasser. Ach, kommt schon. Ihr... Du willst mich doch ärgern, Spiel hier mit Skins. Ah, ich kann hier Skins kriegen. Ach so, ich denke... Ich denke, das sind... Ach genau, da werde ich jetzt zu Steam geleitet. Das werden... Oh, wir werden einige... Kämpfer noch bekommen. Cool. Sehr interessant. Wollen wir uns jetzt mal nicht zu sehr spoilern. Entschuldigung. So. Ah, Crämerin. So, das Eisen kostet mich auch zwölf. Kaufe ich einfach mal. Ach, Mann. Ich probiere es jetzt mal aus. Wenn ich das jetzt rüberziehe, entweder ich habe ein Wasser für fünf gekauft oder ein Schädel für was anderes. Ich habe einen Schädel gekauft. Und zwar wahrscheinlich für vier, nehme ich mal an. So, jetzt ist hier ein Schädel abgebildet. Hey, ich habe gerade einen Schädel für fünf gekauft, oder? Na gut, das muss ich mir mal... Muss ich mir mal in der Aufnahme dann selber nochmal angucken. Entschuldigung. Jetzt kaufe ich auf jeden Fall einen Schädel für sechs. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich da auch gar nichts gekauft. Dann das Wasser... Oder habe ich das Wasser? Nee, das Wasser habe ich gerade gekauft, oder? Dann wahrscheinlich für fünf. Okay. Das ist merkwürdig. Ich weiß nicht, was, wie und... Ach, egal. Na gut. Dann sind wir damit soweit durch. Aber jetzt haben wir halt hier ein bisschen mehr Auswahl, was wir eventuell auch machen und kaufen könnten. Die eiserne Axt würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich finde... Aber wenn, dann würde es nur zu Togrim passen und ich will ihn als Tank haben. Da macht weniger Parieren nicht viel Sinn. Das eiserne Schwert könnte man Togrim geben, aber ehrlich gesagt... Das hätte ich schon längst mal machen sollen. Ich gebe Togrim... Das eiserne Schwert hier. So. Das hätte ich schon längst mal machen sollen, weil der pariert ja viel öfter. So. Nein, ich gebe ihm die Teller... Die Bürste nicht wieder. Da gucken wir jetzt, was wir noch machen könnten. In der Werkstatt. Ja, jetzt können wir nämlich eine ganze Menge mehr machen. Also wir könnten jetzt immer noch das Ding hier machen. Das Knochen-Scepter. Ich denke, das wäre ganz gut. Für den brauchen wir einfach noch einmal Eschenholz. Wir könnten das Ding hier auch herstellen. Eine eiserne Rüstung. Die macht zwei Rüstungen. Und minus eins in der Beweglichkeit. Wäre natürlich für Togrim... Super. Für Togrim wäre das echt mächtig. Schuhmacher Level 1? Was? Okay. Dann hätten wir noch hier den magischen Ring. Nee, Quatsch. Das hier... Nee, was wollte ich das hier? Das Mana-Amulett eventuell für... Ja, ich mache mal das Mana-Amulett für den... Da wollte ich nochmal nachgucken. Ich erinnere mich. Schuldigt, schuldigt. Wir sind jetzt hier gerade ein bisschen am Hin und Her pendeln. Der kostet mich jetzt zwei. Das heißt, es wären drei Schüsse. Das wäre erst mit dem nächsten Talent. Dann müssen wir da einfach warten, bis wir ja dann entsprechend mehr Punkte haben. Andererseits sind wir auch wahrscheinlich ein Level höher. Vielleicht bekommen wir dann auch noch einmal Mana dazu. So, wenn wir einen Mana dazu kriegen, dann müsste ich das ja wieder auf. Super. Dann... Nee, nicht über ihn gehen, sondern über die Werkstatt. Ich baue das Amulett. Und ich sehe gerade, wir bekommen hier ja auch XP für. Das heißt, wir müssen Sachen bauen. Und... Sonst kommen wir gar nicht weiter und können keine neuen, besseren Sachen herstellen. Das heißt, selbst wenn wir dann sagen, ja, aber die Zutaten verschwendet... Nein, wir mussten das ja leider machen. So, und hier würde ich sagen, machen wir dann das hier noch. Einfach als Verbesserung für unseren Barden. So, dann equippen wir mal hier ein bisschen. Er bekommt das Amulett. Der Barde bekommt das Zepter. Ah, das war jetzt doof eventuell. Okay, verstimmte Laute. Sie bringt gar nichts, erforderlicher Level. Und vermutlich der Grund für eine gescheiterte Karriere. Alter, also die Kommentare. Ich liebe sie. Also diese... Oh Mann. Behalte ich beides. Hab ich keinen Bock zu verkaufen. Werde ich nicht tun. Auf gar keinen Fall. Zumal die auch nichts wert sind. Ich find's super lustig. Tut mir leid. Das mag albern sein, aber ich find's super lustig. Ja, wir könnten jetzt noch Tränke herstellen. Da würde ich jetzt aber ein bisschen warten. Ich würde wahrscheinlich am ehesten sowieso hier zu tendieren, tatsächlich das Wasser zu verwenden. Aber da wir nur ein Wasser haben, wir aber im Moment genug Tränke haben, wenn wir davon ausgehen, wie wenig wir bisher verwendet haben. Dann lass ich's erst mal dabei. Boah, magischer Knochen ist 30 wert. Alter Schalter. Okay. Jutti. Dann, ähm, heißt das aber leider... Was? Ich hab ne halbe Stunde hier rumgedoktert? Es tut mir leid. Ähm, tut mir wirklich leid. Das war jetzt nicht so intentioniert, dass ich hier ne halbe Stunde lang hin und her klicke und die Werkstatt erforsche. Haben wir jetzt aber mal gemacht. Eine sonnige Verabschiedung von mir, das ist jetzt eine Folge mit deutlicher Überlänge geworden. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Wir hatten ja ein Dungeon dabei und dann halt die Feststellung, was denn die Werkstatt macht und wie wir mit ihr umgehen. Also dann eine schöne, eine sonnige Verabschiedung von mir. Alles Gute und Tschau!